Bis zum alten verlassenen Bahnhof, mitten in Berlin, ist alles zu gewachsen. Hallo. Oh, krass. Typisch Berlin. Obst, da habe ich nicht erstmal eine Spritze. Hier sind die weitergefahren und haben sie angehalten. Ich habe mich hier lebt. Da das hier ein bisschen zu gefährlich ist, die ganzen Junkies hier lebt, und wir verabscheuen uns jetzt. Moin, Leute. Moin. Wir sind jetzt heute mal, ich muss ein bisschen länger mit dem Gespräch machen, aus dem alten verlassenen Bahnhof, mitten in Berlin. Die meisten kennen den wahrscheinlich. Wenn wir jetzt einen Bahn vielleicht sogar schon mal hierin gießen. Oh, da geht es ja noch unter der Treppe. Wir haben es jetzt mal nicht gefilmt, wie wir hier hochgegangen sind. Das muss ja keiner wissen. Aber, ob die mal zu ihr mal hat. Wie geil. Wir nehmen euch einfach mal mit. Lasst euch überraschen. Und, wir lassen uns auch überraschen. Wir wissen noch nicht, und das Spiel kommt. Also von daher, viel Spaß beim Gucken. Der Vorteil ist, man kann auf die Schienen rufen, ohne dass man Angst haben braucht, dass man hier runterfällt, und gleich im Zug kommt. Das ist alles zu gewachsen. Aber ich glaube, so viele werden wir heute hier ja nicht sehen. weil viel ist ja nicht mehr zu sehen. Ja. So, typisch Berlin. Ohne Scheiß. Obst, aber hier liegt erstmal eine Spritze mitten im Wasser. Lasst die Finger von dem Scheiß. Ohne Scheiß. Hallo. Hallo. Du bist in der Reihe, oder? Hahaha. Du schallest. Oh, krass. Oh, das war noch ein bisschen gewesen ich krieg schon Halluzination verdammt schnell raus hier bei uns so dann sind die weitergefahren und haben sie angehalten ok natürlich muss ich habe ja keinen Plan B wo wir hingehen können das ist auch alles offen, geht mal das ist ja krass wollen wir mal runter hin? ach was, mach mal ich drehe euch mal um achso, Taschen an mir das wäre eine gute Idee ja, dann denke ich mir auch gerade die sind schon wunderbar aha, warum muss man das auch nicht du musst weiter links, 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 links drehe dich mal nach rechts in den Rucksack jetzt wird sie ich bin ja eine fliegende KZ das ist ja krass das ist ja krass willst du den Rucksack haben? du bist hierher? nee, das verstehe nachdem ich bin ja nicht, dass wir jetzt hier hinten rumgehen und hinten rauskommen da auch nichts mehr ist nicht schlimm, dann gehe ich zurück großartig schnell ja, ist ja kannst du auftreten ach, wenn du da auftreten konntest, heißt es noch mehr, dass ich da auftreten kann ich weiß nicht, wiegt 30 Kilo mehr? Alter, geht dir die Kischung an ach, du Scheiße, das ist eine große Hauptschmerze mal, was ist das? Aber wir sollten nicht gleich zurückkommen. Ja. Männer sind wie Parkplätze. Die Besten sind besetzt. Schöne Schuld heißen. Und wird sie da. Unglauben. Unglauben. Ich habe mich hier lebt. Das sieht ganz sauber aus. Das sieht gut aus. Ach, man lief aus. Hier sind Peller. Da haben sie drin. Das ist überhaupt nicht. Danke. Oh Leute. Da das Tier ein bisschen zu gefährlich ist. So gerade mit den ganzen Junkies. Wir sehen hier ständig, wofür wir sie spritzen. Und da drüben, wo wir eben gerade noch gefilmt haben. Da haben wir hier gelebt. Und wir verabscheuen uns jetzt erstmal in dem Sinne. Weil, war ganz cool. Ja, war ganz cool, aber... Aber halt, klein. Klein und offen, was denn da alles. Wenn es euch einen Fan hat, lasst gerne ein Like da. Macht ein Abo. Aktiviert die Glocke. Und viel Spaß beim nächsten. Tschüss.